Ich wurde im Bauen, im Laufen, habe ich einen Headshot von einer Sniper kassiert. Headshot, hab er noch? Down, Headshot. What? Was gebt ihr mir schon wieder für Hits, Junge? Was kassier ich die ganze Zeit? Ja, egal. Hallo Leute, ein neues Video von Battle Royale. A little song I wrote, might want to sing it, note for note, don't worry. Weil er hat sich jetzt nicht ernsthaft selbst gekillt, oder? Come on, zwei Gegner, zwei Gegner. What the fuck? Er hat null Aim, er hat null Aim. Alter, lucky as fuck. Was? Muss ich gar nicht... Was? That's the way to protect you. Erika, was bist du denn für ein Hohensohn? Hehehe, nee oder? Weiß ich nicht. Das kann ich zum Beispiel... ...ehm, Fels hier reinnehmen. Was bist du denn für ein Hohensohn? Hehehehe. Komm, der Bein. Kann mich zu faul, Mann? Nein! Oh, er ist down. So, aber was ist das für ein Hohensohn? Be happy. Be happy. Be happy. Look at me, I'm happy. Ey, wie alt. Was hat er für ein Hohensohn, Digger? Er schießt in der Luft auf mich. Ey, was ist das für ein Hohensohn? Er liegt jetzt... Junge, was? Ne, Digger. Nein. Headshot! Schnell! Schnell! Ja! Da! Einmal verdammt, warum ich die Tactical nie spiel. Warum? Der ist Gegner. Er hat natürlich Schild. Hä? Größte Noob! Was? Warte, ich spiel. Pump, pump die Glocke. Wenn ich ihn damit hole... Was macht der? Siebener Hitze! Siebener Hitze! Und Diegel Hitze! Drei HP! Siebener Hitze! Siebener Hitze! Und Diegel Hitze! Drei HP! Siebener Hitze! Bis heute live!